In zentraler Lage der Wartburgstadt Eisenach finden Sie unsere Praxis für Zahnheilkunde, Implantologie und Prophylaxe. Wir begrüßen Sie zur Vorstellung unseres innovativen Konzeptes zur Sofortversorgung mit Zahnersatz auf Implantaten. Bei Diagnostik und Planung setzen wir auf modernste 3D-Darstellung der Kieferregion. Unser operativer Eingriffsraum gewährleistet das hygienische und gewebsschonende Einsetzen der Zahnimplantate. Digitaldaten von Röntgen- und Kameraaufnahmen werden mit der Fräsmaschine sofort und präzise zum Zahnersatz aus Vollkeramik. In den meisten Fällen können die Patienten am gleichen Tag mit dem Ersatz eines Zahnes oder aller Zähne eines Kiefers die Praxis wieder verlassen. Mit regelmäßiger prophylaktischer Nachsorge sichern Sie sich den Langzeiterfolg der hochwertigen Versorgung. Regelmäßig veranstalten wir für interessierte Patienten Informationsabende zu den Möglichkeiten der Zahnimplantation.